Zusammen! Schöne wie jeden Eis. So! Du bist nicht normal. Du hast dein Hochstieg abgestützt. Dein Hochstieg? Ja, was denn? Dein Abstütz. Du kriegst jetzt die Nase an, du hast doch keinen Knochen. Ja, es muss aber nicht abgehen. Es ist ein Campingstuhl. Ist man angestiegen? Ja. Was willst du meinen Weißlein? Was? Muss ich alles schneiden? Ich wollte gerade sagen, guck mal. Ach so. Oh, ich hasse diese Knochen. Oh, ich kaufe meine andere. Mit dem Tool verfälscht. Ich muss ja mal ein bisschen laufen. So mit der Augen sind. Echt? Sie kriegen gut die Leute zu. Ja, ja. Sie müssen auch nicht so die Leute. Aber ich lasse mal aus. Ah, nee. Da müsste man mal schlafen. Ja. Die Leute sind vegan auch. Ja. Die Laufenden durch Filigranen und Elefanten ausmachen. Das ist so gut. Das ist so gut. Die andere haben eine bestimmte Bordelecke. Das ist so gut. Ja. Das ist so gut. Kennst du uns? Das fängt nicht so gut. Alles klar. Auf der Hälfte der Länge. Hier. 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 Jetzt gehen wir. Hier. Hier. Wie ist das? Ja, bitte. Ja, bitte. Ach so? Ach so? Ja. Kannst du immer noch nichts tun? Ist das mit Rot, ey? Oder wie hätte ich das so? Hast du das nicht? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt? So weit. Dann geht die Elektronik nach. Dann geht das schon mal so. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So haben wir auf Toiletten und Dusch verboten? Nee. Was ist denn Mord im Handel? Wir haben Toiletten verboten, aber dafür keine Toiletten. Das ist doch Eis. Das ist ein Loch. Und die Kante nimmst du den Eindruck mit dem Fingernagel aus. Ohhhh. Aber da kannst du kein Toilettenpapier nehmen. Dann hast du richtig Papier nehmen. Das ist zu weich, oder? Hast du schon mal versucht mit Toilettenpapier den Fingernagel so was machen? Nö. Außerdem wenn du Toilettenpapier auf dem Finger hast, dann sagst du die an zu scheiße oder so weiter. Nein. Dann hast du richtig Papier nehmen. Drei Lager geht es. Drei Lager in Toilettenpapier. Schönen. Was machen wir jetzt gar nicht so zu sagen. Wir haben noch eine Gestür für den Eindruck. Wo können wir das Magazin? Kannst du abwischen, kannst du sie wieder aufwenden. Der Mann ist gut. Hast du auch bei den Löwen angemeldet, oder? Nö. Nö. Ja, sehr gut. Du gehst hier hin. Das klingt so zu viel Prozent. Ich habe eine Erfindung. Wie sitzt du sie da? Ach das? Die Schmutzkacke. Kannst du dein Toilettenpapier? Ich gehe nach Deutschland. Das wäre letztens auf jeden Fall. Da könnte man nicht, könnte man so... Da gab es ohne Talent. Echt mal, wir reden bei uns. Bei DSDS uns an. Was ist bei TS? DSDS. In Deutschland sucht hier Suppenkaste. Ja. Da wäre es nur noch richtig jetzt, oder? Ich kann nicht singen. Bei Suppenkaste da brauchst du ja nicht singen. Du brauchst ja nicht singen. Ja. Du brauchst dich doch nur hinstellen. Du kommst weiter. Du kommst weiter. Du kommst weiter. Dann ist das... Du kommst weiter. покупede